moin moin und hallo mein name ist todde und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem kanal und dann geht es weiter wenn meine freunde hier mal zusehen würden dass sie genug eisenrand schaffen die schwierige suche nach eisen hat jetzt die frage habe ich genug eisenerz wenn ich noch mal eisenerz mehr bekomme ein eisenerz da gibt es ein lecker gehirn in der nächsten folge verspreche ich euch bringen die leute ja das nicht schon mal probiert weil ich jetzt ganz doof willst du mich ärgern oder was natürlich warum nicht nein das passt hier nicht nein das passt hier nicht nein das passt hier nicht learning by doing was machst du jetzt erst mal hinsetzen was was